Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Subsistence mit mir den Gabin und ja, wir haben in der letzten Folie ein bisschen hier an rumwerkeln. Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich Masse-Speicher und... da ist der nicht so wohl... scheiße, gehen wir schnell hoch. Masse-Speicher und Strom-Speicher, genau. Das war das, was ich bauen wollte. Hab aber jetzt gerade ein bisschen umdisponiert, weil das dauert mir halt ein bisschen zu lange. Ich hab mir jetzt einen Stromgenerator gebaut. Dann brauchen wir noch einen Masse-Generator und dann wandeln wir ein bisschen Masse und Strom um. Dann können wir das ein bisschen schneller produzieren und dann können wir auch noch die Speicher hinstellen. Ich hab das schon alles vorbereitet, ist alles schon soweit fertig. Achso, die Ecke hab ich jetzt hoch. Das Blöde, wie gesagt, ich kann hier keine Schreie heransetzen. Ich weiß nicht, müssen wir irgendwie anders machen. Aber ist ein anderes Ding. Gut, machen wir uns erstmal ein bisschen Kopf umstromen. Also, ich hab jetzt so vor, das Ding da oben ranzuzimmern. Quasi, wie ihr habt, aus dem Auge, aus dem Sinne. Ich weiß aber nicht, ob das da funktioniert. Also, funktionieren wird das schon, aber wie sieht denn das aus? Ich weiß das noch nicht. Wir werden das gleich rausfinden. Ich hab nämlich schon ein bisschen Holz gesammelt. Hier, die ich für eine gute Idee. Krass, wa? Ich hab doch jetzt gerade die Nacht abgesessen. Ich wollte euch nicht schon wieder in eine dunkle Kammer schicken, aber wie gesagt, ich konnte da nichts ändern. It is so, wie it is, ne? Also, beim Rendern... Rendern. Oh, gut. Beim Rendern ist mir so, nebenbei eben Zeit hochgefallen, äh... Ich kann irgendwie keinen Encoder, äh, von Nvidia einschalten. Ich weiß nicht, wieso. Und dadurch hab ich diese Pixel. Ich konnte es nicht noch heller machen und deswegen ist es in der Ehenfolie so... Quasi so dunkel geworden, aber naja, gut. Ist aber ein anderes Ding. So. Gut. Also, ich will jetzt hier so ein Ding nochmal ranzimmern. Ja, wir haben ja eben zwei. Ne, das ist ja nicht so schlecht. Oh, Moment mal. Ich hab doch auch noch... Die Größe müsste ich doch eigentlich noch... Wollte ich gerade sagen. Ich hab doch eben zwei Stück letztes Mal gesammelt. Dann können wir das auch schon nebenbei... Ne, erstmal machen... Ach, ne, kann ich doch machen. Warte, ne, kam ich links, rechts, geradeaus. Ich mach das mal hier fertig. Dann haben wir das da fertig. Äh, den Bogen könnte ich doch eigentlich reparieren. Genau. Dann ist das nämlich hochfertig. Alter, wir brauchen unbedingt dann später auch, äh... Wir müssen mehr jagen gehen. Ne. Alter, ne, Pennen, gleich hier den Generator hinstellen. Äh, ne, den wollte ich ja da oben hinzimmern. Macht das aber die Sache auch nicht besser, wa? Wenn ich jetzt so mir... Du pennst hier? Also, du stehst dann hier so... Und dann hast du hier oben... So ein Generator oben. Das ist natürlich richtig geil. Bist du erstmal richtig schön motiviert, frühs aufzustehen. Gut, kann ich das hier ran? Genau, so ungefähr habe ich mir das gedacht. Jetzt ist die Frage, ob ich das da oben ran kann. Ja, kann ich, aber ich weiß jetzt nicht, ob das mir so gefällt. So. Soll ich so machen? Noch ein Stück hin. Mal kicken. Ja, okay. Es geht schon, oder? Ah, komm. Dann kann ich das hier oben füllen. Und dann kriegen wir nämlich gleich ein bisschen mehr Ström. Kriegen wir. Sag mal, habe ich hier noch ein paar Sachen mehr? Schön. Schön, schön. Aber zum Glück ist es nicht wie in Seven Days, dass du dich hier anlocken musst. Tust du ja noch nicht, oder? Ich weiß jetzt nicht. Wir werden es ausprobieren. So, ich schmeiß mal das Ding an. Jetzt haben wir Stromversorgung plus eins. Äh, Erzeugung. Mensch. Na, ist ja dasselbe. Jetzt müsste eigentlich hier unten der Saft schneller kommen. Man kann das auch beschleunigen. Lobig. Genau, hier. Kostet aber dann mehr Kreibstoff. Treibstoff. Also erstmal nein. So, das nächste Ding, was wir bauen, was daneben kommt, ist hier dieser Massefabrikator. Aber da brauche ich eben halt, äh, ein bisschen Strom und ein bisschen Masse. Dann kann ich das nämlich schnell umwandeln in Masse. Und dann brauche ich das noch. Ich brauche erstmal die Stromspeicher, wa? Strom und Masse speicher und dann kann ich das nämlich umwandeln. Oh, ja. Globix ungefähr. Nee, ich mache erst das da. Nee, Karbin. Kannst du dir entscheiden? Nee, nicht wirklich. Wir sorgen uns erstmal um die Produktion. Und dann um das abspeichern. Genau, so tun wir halt. Weil, wie ihr sagt, wir müssen bis... Alter, bis Winter müssen wir hier so ein bisschen in die Pötte kommen. Weil ihr seht, hier ist nur alles offen. Naja, gut. Okay. Wo ist denn der Wolf? Da ist ein Nasenelch. Das ist aber ein anderes Ding. Da ist der Wolf. Treffet den von mir? Ich glaube nicht, dass der Pfeil so weit fliehen tut. Aber ich versuche trotzdem. Wow. Hä? Ah, ich habe keine Pfeile mehr. Wie kommt denn das? Da stehe ich ja überhaupt nicht. So, dann ist es aber wenn dein Blöder, dann sollte ich nicht in seine Richtung gehen. Gut, dann gehe ich in eine andere Richtung. Äh. Wie ist denn das jetzt mit die Eger? Also, wie gesagt, der ist ja weg. Jetzt haben wir hier ihn. Siehste. Ich wollte mal kurz vergucken. Ist der immer noch so verbuggt von letztem Mal? Nee, der hat sich entpackt. Das heißt, der Pfeil ist hier rum. Na gut. Das heißt, ich muss wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist hier noch mein Ding. Gut. Holz Loot hin. Das ist jetzt unser Doktus. Ich versuche, den nicht in eine Quere zu kommen. Dann kommt er mir oben in den Quere. So müsste das eigentlich funktionieren. Bevor ich das verhäße, dann sag mal, kann ich nicht... Das mache ich oben. Ich muss nämlich auch langsam mal ein Beet ansetzen, wenn ich pflanzliche Nahrung haben möchte. Und vor allen Dingen bauen wolle. Das brauche ich ja. Für bessere Klamotten. Für den Winter. Okay. Ich brauche nämlich das und da brauchst du nämlich das und Baumwolle. Und Federn. Na toll. Gut. Vegetarisch war ich jetzt an. Aber wie? Das ist so, wie das war. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Wie gesagt, deswegen war es bei Sturm dumm. Ich weiß. Hey, das ist doch schon mal gut. Warte mal, dann kann ich doch endlich schon mal irgendwie Britta will er herstellen. Wie gesagt, was ich habe, habe ich. Warte, kriege ich die Risiken. So, wie gesagt, der Dumme an dieser Karte ist, die ist ziemlich hügelig und man sieht die Jäger nicht. Wie gesagt, ich habe immer noch nicht den Unterschied aus, was hier der Unterschied zwischen Jäger und Bandit ist. Für mich sind die alle beide Bandidos. Hey, du, geh mal da rüber. Da ist was ganz, ganz leckere unterwegs. Hey, da ist ein Hohn. Und da ist ein Hase. Und da ist ein Paket, ich habe dich gesehen. Aber erst mal ist der Hase. Es ist ein Blasterhase. Ach, übrigens, über Nacht habe ich den Oplan Level bekommen. Wird unter Level, oder? Wow, wir haben jetzt Leben 91. Wir haben einen Punkt mehr. Das heißt, macht keinen Unterschied. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, was? Also, wenn ich da immer von der Wumme getroffen werde, ist es ideal, ob ich einen oder zwei Punkte habe. So, hier hinter ist nichts, aber ich glaube, das hätte schon geknurrt. So, das Dumme ist dahinter, war ja auch ein Gebäude. Ich hoffe, dass sie nicht so nahe sind. Weil, wie gesagt, das sieht eher aus wie Banditen. Die waren ziemlich, nee, je, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich gehe mal hier lang. Weil, wie gesagt, die Zahlen sind schon ein bisschen besser aus. Startet aus! Da ist einer! Ich habe doch richtig gehört. Ich habe bloß die Wumme so. Klack, klack, gehört. Da ist er, seht ihr? Wie gesagt, ich möchte so weit so lange wie möglich hinausziehen. Also, Bärchen, du kannst auch nach oben gehen. Also, eher in welche Richtung du findest Nahrung. Also, solange ich bin, das wäre schon cool. Genau, du bist richtig, da hinten. Da, geh hin. den Ars will da nicht. Normalerweise sollst du den nicht zu seinem Glück zwingen, aber wäre schön. Da ist die Base. Jetzt sind so jetzt wir. Oh, gut, also, ich brauche ganz dringend Rüstung, ich brauche Waffen, unendlich Munition, Sprengladung, Granaten, äh, und Unsterblichkeit. Hm, jetzt sind keine Zombies, die haben Hürden. Gut, warte mal, ich hoffe, dass die, äh, das ist eine Niveaugrenze da oben, ne, also, das ist mein Teil, das ist eure, da hinten, ne, ich meine Niveaugrenze. So, gut. Wir können das zwar noch nicht einschmelzen, aber lieber es haben und nicht brauchen, ihr kennt das ja. So, da unten ist hoch noch eine Kiste. Ja, ja, wie gesagt, wir müssen das erstmal so weit halt aufbauen, dass wir uns was schöne bauen können und wie gesagt, ich will die sollen nicht kaputt machen. Die machen doch alle kaputt, Penner. Ihr kennt das doch. Ist doch immer so. Man baut sich was auf und dann kommen die und dann ist äh kaputt. So, warte mal, was essen. Äh, Wasser. Äh, Wolf. Noch ein Wolf. Und ich bin genau in der Mitte. Sandwich. Nicht Gott. Gut. Nee, nee, Freunde, diesmal mache ich das so. Gut. Bringt mir ja noch schwer, wenn sie an die rankommen. Aber eigentlich hörst du ja mit Knurren. Gut. Hey. Du schöner Ding. Die können wir irgendwann mal gebrauchen. Damit kannst du nämlich Munition machen. So wie es da hinten aussehen tut, könnte ich eh zwei Munition gebrauchen. Ich habe echt überlegt, ob wir bloß als Survival Spiel spielen. Aber naja. Echt jetzt? Ich bin doch gerade erst runter und da ist ein Wolf. Ich will aber die Kiste. Sag mal, wenn ich den jetzt vor hier oben in der Rindsquare will, also wenn ich es schaffe, also wenn ich ihn sehe, und da sind unsere drei Probleme. Ich sehe den ja ja nicht mal. Da ist er. Och Mann, musste ich ausgerechnet jetzt du willst mich verarschen, oder? So, angetarnt und zack, hau ab. Spring im Wasser, du Vieh. Du willst mich verhumpen, oder? So, warte mal, ich schenke dir noch ein. Ja, nee, ist klar. Hab ich noch ein paar Federn? Ist ja nicht, dass ich die für was andere bräuchte, aber hey, was soll's. Ich hab's echt geschafft, 14 Pfeile. Okay, ich war ein bisschen jagen wegen Fleisch. Ich hab auch ein paar Sachen schwufen lassen. Das ist ja doof. Ich versuche trotzdem irgendwie an die Kiste ranzukommen. No risk, no fun. Ich hab bloß die Frage, wer denn die Fun hat. Töne. So, wo ist die Kiste? Die ist da. Wenn ich mich da ein bisschen ransnicke, vielleicht ist ja da auch eine Feder drin. Ich schließe das mal nicht aus. Natürlich nicht. Ich mach mal ein Kreuzworträtsel. Ratet mal, was ich heißen abzuaktivieren. Ich mach mal kurz hier drücke Mann und Söhne. So, ich löft. Willa, die Uhr. So, na gut. Kann ich denn schon ein paar Wände herstellen? Fenster, Fenster wären schön. Hat nämlich den Vorteil, kannst rausgucken. Moment mal. Hier ist doch noch vor fünf Sekunden was rum. Ich kreuche da hinten. Ich hab dich im Ohre. und im Mark. Warum mach ich das? Für ein bisschen geströpt. Unbedingt will er ein paar Federn. Shit, ich hab den Huhn vergessen, dann hätte ich mir ein paar Feile machen können. Naja. Ich könnte jetzt auch einen Huhn jagen, wenn ich ihn sehen würde. Aber ich hab dann immer Angst, dass ich irgendwo hinrenne. Und wie gesagt, wir sind ja nicht mehr alleine. Hier. So, drei Fenster. Na, das läuft doch. So, ich würde mal sagen, äh, jo, genau das sage ich. So, warte mal, ich brauche hier eins ran, mache ich über die Ecke. Über Bande. So, eh mal so. Ich mag Fenster. Fällt ja nicht auf, war. Ein Panoramablick. So, und jetzt ist nämlich das Problem, ihr seht es schon, es ist nämlich verharmt. Ich hatte doch eben gerade das Symbol für Überhitzung. Na, wie kacke sieht denn das aus? Verhitzung. Achso, der Ofen ist ja an. Warum ist denn der überhaupt noch an? Das macht doch ja kein... Okay. Ich mache den mal jetzt aus, wo das ganze Holz verbrannt ist. Es löft. Aber ich kann ja schon mal kurz die Lava drin schmeißen für die Nacht. Aber ich glaube, ich brauche nachts ja eine Schmärme. kann ich denn noch mal ein Dach machen? Dach deckt mir doch. Gut, hat ja funktioniert. Also, äh, ich habe ja gesagt, Masse, Speicher. Na, jetzt fehlt uns da ein bisschen Holz, aber das Zeug ist fertig. Äh, Moment mal. Wenn das voll ist, kann ich das aus... Nee, ach, das geht automatisch aus. Cool. Das ist gut. Ist nee, so wie in Seven Days, dass du das leer. Gut, also, ich brauche Holz für Bretter, dann können wir uns die Speicher bauen. Äh, Umwandler, so, Masseumwandler. Und dann kommen die Speicher dran. Ja, ja. Das heißt, wir müssen aber mindestens doch eh mal so eine Tule nach hinten machen. Oder um den See oder da lang oder da lang. Wir könnten eigentlich hoch, aber das da hinten, da hinten ist die Böe, ne? Genau. Wir gehen mal kurz, äh, in der Richtung, denn mal kurz gucken, wie dicht wir da ran können. Wegen Kälte und Gegner und so, ihr kennt das. Du müsst hier die Gegend abstecken, ne? Das kannst du machen, weil ist nicht so schlimm. ich muss noch mal denn, wie gesagt, alle Waffen die brauchen, muss denn aus dem Inventar raus. Ich hätte wenigstens Wasser abkochen sollen, ich hält. Och, nö. Warte mal, dann muss ich hier noch eh mal so eine Zündlis machen. Wir sind ja eh nicht oben. Verdammt noch mal. Verdammt verdammt noch mal. Er hat die hoch und sagt, aber wie sagt, ich bilde mir immer noch ein, dass dadurch die Jäger nicht hochkommen. Es war wahrscheinlich ein Irrglaube, aber an irgendwas muss ich mich erhalten. Hey, da ist wo noch fliech? Pläsch! Das mache ich mir mal schnell fertig. So, entzünde er und dann, wenn er fertig ist, mache ich das auch wieder aus. Ich glaube, das ist ja nicht mehr so schlecht so. Ich durfte das aber auch nicht aus dem Auge lassen. Wir wissen, was passiert. So, ich lasse das mal alles hier. Brauche ich nämlich nicht. So. Genau. Ich bin zwar ein bisschen übervorsichtig, aber das hat doch einen Grund. Ja, ja. So, die so. Sammelt sich auch schon eh in zwei Stücken an. Aber die kennt ja immer Kabin und dann zack, weg ist er. So. Schmack auf was. Dann Ausdauer. Ein Punkt. Yay. Ich frage mich, was das soll. Was soll ich mit den einen Punkt? Das ist eine Stahlwild, nur Sternsit. Aber hey. Moment mal, kommt das wieder rümmeln. Ist eh halt. Eh halt. So, Schnürschen. Mutation. Kommt da hin. Ja, das ist schon, da kommen schon eh in zwei Sachen dazu, ne. So, das lasse ich hier. Das nehme ich mit. Ja, die Würmenscheme. Gut, brauche ich jetzt nicht. Lasse ich auch hier. Was soll ich denn damit? So, das lasse ich auch hier. Schmeiße ich mal hierin. Ich sollte mal wirklich hier eh nur so eine Trauer voll machen. Eh mal Wasser holen und dann ist es gut. Ich glaube, ich sollte es wirklich tun. So, warte mal. Könnte ich ja rein theoretisch schon mal hier gekelt. Ich nehme das mal weil da alles raus das was ich brauche. Also was ich denke zu brauchen. Dann machen wir das fertig und dann kurz bevor wir abhauen machen wir das genau und dann machen wir uns noch eben auf den Weg. Ich brauche acht Stück, Das reicht nicht. Ich sage mal so, wenn wir den Speicher jetzt noch fertig kriegen, die Masse nicht Speicher Fabrikator Mensch. Den können wir heute Feierabend machen und morgen gehen wir spazieren. Spazieren. Naja, wie gesagt, es dauert halt ein bisschen. Hauptsache, zum Winter steht das Haus. Entschuldigung. Reusper, Reusper. Ich hoffe, dass ich das so schaffe. Wie gesagt, ich brauche jetzt erst mal nicht so ganz groß bauen. Ich müsste mal nochmal die Wände umsetzen. da Stimme. Das ist aber mal gut. Kleben Moment. So, ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Ja, Stimme ist wieder da. Erstmal. Ich kann mich auch noch ganz grau eminent daran erinnern, dass hier auch ein Bär war. Oh ja. Der wird sich schon melden. Brumm. So, na gut. Dann können wir uns das schnell fertig machen. Den Fabrikator. Lamassos. Dann brauchen wir bloß noch die Speicher und die Werkbank. Hey. Und ein paar Wände. Und ein bisschen Munition, ein paar Klamotten und Klimaanlage und Strom und, äh, ja. Erstens fängt, nee, fängt mal an und fängt nie auf irgendwie so. Ja. Juhu, Juhu. Dann kann ich das schön produzieren, weil wie ihr sagt, auch wenn ihr die Speicher habt, das geht nie über diese 500 und diese 100. Ich brauche diese Fabrikatoren. So. Dann kann ich das hinstellen, das ist gut. Was willst du? Mach, dass du wegkommst. Du Kacker. Ich zieh die Wand nochmal rum. Also, hier rin und später das machen wir dann extra. Ich glaube, das können wir machen. Warte mal. So, diesmal die richtige Taste drücken, das wäre nett. Hä? Ach, geht's. Wie gesagt, ich habe drauf, dass ich die Tasten verwechsel mit abbauen und zerkloppen. Genau. Und dann kommt hier die Tür hin und das bauen wir fertig und Stück für Stück machen was größer. Das muss erst mal reichen. Dann machen wir bis hier hin und dann zack hier mal rum, dann passt das schon. Ich glaube, das passt schon. So. Seht ihr? Ich habe was vorgenommen und durchgezogen. So, krieg dich da hin. Alter, ist noch Ski. Na, holla die Waldfee. So, und wenn ich jetzt quasi Ditter anmache, plus Ditter, genau, wird hier schnell produziert, ne, aber da ich das noch nicht brauche, lasse ich das auch erstmal. Wie gesagt, das schalte ich dann erst an, wenn der Speicher steht. So, und den knall ich erstmal hier hinter. Hey, win-win. Platz, Sitz aus. So, Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen es dann quasi morgen will er. Wir machen morgen eine Tour Richtung Gebirge, kicken wie weit wir da hinkommen, bevor wir erfrieren und ob wir das überleben. Mal kicken, weil wie gesagt, da hinten ist auch noch irgendeiner, der ist letztes Mal da rumgegrößt, aber vielleicht, wie gesagt, hat der noch nicht gebaut und dann ist er despawned. Naja, wir werden sehen. Wie gesagt, bis dann, ich bin dann erstmal raus. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü